Was ist denn so? Der hat schon drückt es vor. Hoi, hoi. Hast du ja sie noch gerne über den Dettel gesehen? Ach du, du lachst nicht schnell aus. Oh ja. Das Gartell ins Beidruch. Die Zunge. Es ist noch gemeint, es ist alles so fein. Es ist so pink. Sie sind so wie nicht weg. Der kleine Hausrat. Sie sind wieder über. Man sieht einfach selber draus und links. Ja. Oh, der kleine Hausrat ist dort. Ja. 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 Ja.